Herodes Talk 11 Staffel 2 Endlich ist es soweit Warum hab ich gestern kein Video gemacht? Wenn er ne Alex ist schuld So, zum Video Elfte Folge, endlich Ich freu mich so endlich die neue Staffel aufzunehmen Ich hab jetzt die erste Staffel auf Herodes Arme hochgeladen Damit ihr euch alle Folgen hinterher nochmal angucken könnt Also in einem Video, um die 10 Minuten oder so Und weil ich ja jetzt Abitur mache Das ist von diesem Bundesamt da irgendwie vorgeschrieben Muss ich jetzt hier so einen ziemlich teuren Taschenrechner rocken Also den hier, CAS Text Instruments Ich find den scheiße Die Tasten sind kacke, alles ist kacke Und schweineteuer Also kann halt alles rechnen Und ich hab tatsächlich auch das Racing Game Mario Kart Das ist Mario Kart Double Dash In dem man halt zu zweit fährt auf einem Kart Das ist die ganz neue Neuerung für die Gamecube Also hab ich übrigens auch im Flohmarkt gekauft Für 1 Euro hab ich das bekommen Aber drauf steht auch nicht für den Einzelkauf bestimmt Also verkauft es Das war wahrscheinlich ein bisschen illegal für den Verkäufer Aber hey Legal, illegal, scheißegal Das ist die Verkäufer-Neuerung für den Arch dash Das ist die Verkäufer-Neue-sehen Dann wurde ja auch in der Sicht Untertitelung des ZDF, 2020